Ihr Lieben, ich habe etwas ganz Besonderes hier an meiner Bar, auch wenn es augenscheinlich im ersten Moment nicht so aussieht, weil hier so ein unscheinbares Röhrchen steht. Aber das ist ein ganz besonderes Röhrchen und was es damit auf sich hat, das erfahrt ihr nach dem Intro. Hallo ihr Lieben, mein Name ist Sven, herzlich willkommen auf Rumtastisch. Hier findet ihr alles rund um die Welt des Rums. Ihr Lieben, gerade funktioniert ihr das Logo noch nicht, aber dann habe ich es doch noch zum Drehen bekommen quasi. Sowas erlebt ihr auf jeden Fall, wenn ihr live bei mir zuschaut. Solche und andere Versprecher, die erfahrt ihr, wenn ihr live mir folgt. Schaut also auf rumtastisch.de vorbei und gebt mal den Slash live ein oder sucht auf der Homepage, denn ihr könnt in der Live-Rubrik einen Google-Kalender finden, der euch sagt, wann ich das nächste Mal wieder live gehe. Und dann sind wir hier alle zusammen. Normalerweise ist dann auch ein Chat noch an, den habe ich nur jetzt ausgeblendet. Und dann können wir uns gegenseitig hier noch unterhalten. Das ist immer ganz spannend. So viel einleitend zu diesem Kanal. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Das macht mir auch Freude, wenn der Kanal wächst. Und nun aber hier zu diesem kleinen Schmuckstück. Und wenn ich sage klein, dann ist er halt wirklich klein, denn ich habe hier nur so ein kleines Röhrchen. Aber nur das wirklich zu sagen und so zu meinen, wäre sehr undankbar, denn das ist richtig geiler Stoff hier. Der liebe Ronald von Rumkultur, der hat mir dieses Fläschchen hier abgefüllt. Und es handelt sich dabei um den Don Papa 10 Jahre. Das ist ein Rum, der auf den Philippinen hergestellt wurde. Und wer von euch den Don Papa schon mal getrunken hat, der weiß oder erfährt es jetzt. Es geht dabei um die Erbietung an den Don Papa. Der Don Papa ist nämlich ein, also er war in der Revolution auf den Philippinen sehr beteiligt. Er wuchs heran quasi vom Zuckerrohr-Mitarbeiter, Zuckerrohr-Feldarbeiter zu einer führenden Kraft in der Revolution auf den Philippinen. Und das oder beziehungsweise ihm zu ehren, wird jede Flasche mit seinem Anblitz verziert. Und wenn ihr euch die Flasche mal genau anschaut, dann seht ihr, dass die oftmals, nicht auf jeder Flasche glaube ich, aber oftmals aus Naturprodukten, die ihr auf den Philippinen findet, zusammengebaut wurde. Und das in Wirklichkeit nur so ein Mosaik ist und ihr den Eindruck habt, ein Gesicht zu sehen. Und in Wirklichkeit setzt es sich aus diesen vielen Komponenten zusammen. Auch sehr cool die Idee übrigens. Hier haben wir einen Zehnjährigen oder den Zehnjährigen, der besonders gelagert wurde. Er hat 43% Volumen, kommt ebenfalls von den Philippinen. Auf der Insel Negros ist er hergestellt worden. Und der, ihr Lieben, ist was richtig Feines. Und ich bin sehr gespannt darauf. Er ist, das will ich nochmal eben hier nachschauen, im Columnstil. Das war noch die Frage. Im Columnstil hergestellt worden. Also schon auf eine recht schnelle Weise sozusagen. Es gibt ganz schnell erklärt den Potstil. Das sind diese runden, bauchigen, oftmals Kupferblasen, die ihr kennt, mit so einem Docht nach oben. Und da gibt es den Columnstil. Der Columnstil kann deutlich schneller produzieren und bietet leider dann nicht so ein mega kräftiges Aroma. Aber das kann man natürlich noch hinbekommen, wenn man das Ganze dann anschließend gut lagert und lange lagert. Und zum Beispiel einen Zehnjährigen macht. Und da bin ich jetzt auf jeden Fall gespannt. Oha, alter Schwede. Das hätte ich nicht erwartet. Wow, was ist denn das? Also, diese dunkle Farbe hier, ja. Oh, da werde ich euch, genau, das muss ich euch noch zeigen. Ich habe euch noch kein Bild davon gezeigt. Ich habe doch extra hier ein Video. Hier hat nämlich der Ronald von Rumkultur, vielen lieben Dank auf jeden Fall nochmal, Ronald, hat von hier seiner großen Flasche mir die kleine Probe abgefüllt. Hier ist quasi das Beweis Video dazu, obwohl ich es ehrlich gesagt nie in Frage gestellt habe, ob es wirklich wahr ist. Aber schön quasi, dass wir so sehen können, wie er es gemacht hat. Und dann habe ich hier nochmal ein Foto von ihm bekommen, wie die beiden nebeneinander stehen. Amphinole nenne ich sie mal und Originalflasche. Hier könnt ihr also einmal die Originalflasche sehen. Und jetzt, wo ich hier das erste Mal dran rieche, ist das, das ist unheimlich, das ist unheimlich heftig, das Volumen ist unheimlich heftig. Irgendwie ist das so eine Mischung aus, ich komme mal wieder zurück hier, so eine Mischung. Das erste, was ich rieche, ist starke Würze, kräftiges Holz, ganz kräftige Noten, Vanille, aber irgendwie so ein Boom-Effekt dabei. Das ist so richtig würzig, richtig kraftvoll. Kaffee eventuell, dunkle Schokolade und es ist aber auch was ganz Frisches dabei. Also, da sind so, ich habe zum Beispiel Pfirsich im Kopf oder vielleicht sogar so eine alte Orange quasi, so eine Zitrusfrucht, die aber schon sehr durchgegoren ist. Und das ist sehr intensiv, das hat mich wirklich überrascht gerade, das ist unglaublich. Wahnsinn. Und das hat so, das hat so was von so einem, von so einem Obstsalat mit altem, also reifem, durchgegorenem Obst. Sehr interessant. Die Vanille und Schokolade, das ist so eine fatschige, heftige Schokolade, aber dunkel ist auch dabei. Die ist sehr auffällig und sehr interessant. Wahnsinn. Das riecht wirklich lecker. Ihr Lieben, ich bin gespannt, wie er schmeckt. Prost. Hm. Hm. Das ist so eine Zitrusfrucht, die sich da durchzieht. Zitrusfruchtig, aber dieses gesamte Volumen, was ich erzählt habe, dieses gesamte Volumen von dunkler Schokolade, von zurückhaltender Vanille, würde ich schon sagen. Und ja, dieser, 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 dieser kräftigen Fruchtnote, die ist genauso auch im Geschmack mit drin, mit drin. Also es ist sehr gut eingebunden. Der Geruch und der Geschmack, die passen tatsächlich sehr gut zusammen. Er ist süß, aber kräftig. Er hat 43 Prozent und ist damit auch, er hat doch 43 Prozent, ne? Genau. Er hat 43 Prozent und ist, das schmeckt man auch auf jeden Fall. Deswegen habe ich es gleich so rausgehauen und habe gedacht, ja, ja, wird schon sein. 43 Prozent. Er hat so eine richtige Power. Der zwiebelt so ein bisschen im Mund noch anschließend. Der macht richtig Spaß. Und das ist unglaublich, wie frisch der tatsächlich auch schmeckt. Ich habe ehrlich gesagt eher sogar jetzt gerade so ein Limacello im Kopf. Also da ist schon diese Kaffee-Röstnote, da ist dunkle, sehr dunkle, bittere Schokolade. Da ist Holz, aber dann ist da Limacello mit bei. Also so eine Zitrusnote auf jeden Fall. Das ist eine sehr coole Mischung. Die liegt nicht oben auf. Also es ist nicht Limacello mit Kaffeegeschmack, sondern anders. Dieser würzige Don Papa mit ein Quäntchen Zitrusgeschmack. Das, ihr Lieben, eignet sich auf jeden Fall für Leute, die mal andere Don Papas kennenlernen wollen, als nur den normalen Supermarkt-Don Papa. Welcher das ist und welchen ich da meine, könnt ihr euch selber zusammenreimen. Also einen von diesen halt typischen Don Papas. Ich denke, wenn ich an Don Papa denke, als allererstes an Vanillin süß Einsteiger rum. Und das ist auch voll in Ordnung so. Aber hier befinden wir uns auf jeden Fall nicht mehr im Einsteigerbereich. Das ist was richtig Geiles. Das macht Spaß im Mund, im Geschmack und vor allen Dingen im Geruch ist es sehr überraschend, sehr kraftvoll. Und ich kann euch nur empfehlen, wenn ihr den mal in die Finger bekommt, den solltet ihr auf jeden Fall probieren. Und alles, was ihr vorher über Don Papa irgendwie meintet zu wissen, könnt ihr dann über Bord werfen, weil der schmeckt dann ganz anders und auch sehr geil. Ihr Lieben, mit diesem Video ist jetzt Schluss. Im Livestream geht es noch weiter. Wenn ihr das in Zukunft nicht verpassen wollt, dann abonniert den Livestream unter rumtastisch.de slash live, beziehungsweise schaut da mal in den Kalender, dann wisst ihr, wann ich wieder live gehe. Und ihr Lieben, hier ist kaum noch was drin. Ich sage, bis zum nächsten Mal, wenn wir uns sehen. Nüchtern bleiben. Prost. Und abonniert das Video.